Haha, hey liebe Kinder, wie cool, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Norbert und wir machen jetzt ein Eisenbahn-Workout. Seid ihr bereit? Los geht's! Auf der Stelle gehen wir los, wie eine Eisenbahn-Lokomotive. Gehen wir mit den Armen rechts und links am Körper, ganz entspannt. Auf der Stelle, nehmt die Arme mit, super gut. Und langsam kriegen wir ein bisschen Dampf auf den Kessel. Und wir nehmen die Knie hoch und schieben den Dampf nach oben mit den Armen. So, super gut. Fest nach oben drücken, pumpen, hoch, hoch. Weitermachen, super gut. Nach oben, hoch. Und gleich kommt der erste Tunnel. Seid ihr bereit für den ersten Tunnel? Kinder, wir laufen. Die Arme nach oben, fest nach oben drücken. Super gut. Achtung, der erste Tunnel. Macht euch bereit, ich stelle mich zur Seite und wir gehen mit den Knien tief. Wir müssen uns ducken. Immer tief. Vor. Die Arme nach vorne und den Popo nach hinten. Durch den Tunnel ducken. Super gut. Sehr schön, Kinder. Tief gehen. Popo tief. Vier mal mehr. Tief. Tief. Super. Tief. Yes, ihr seid die Besten. Tief. Tief. Super gut. Okay, wir gehen auf der Stelle. Jetzt müssen wir die Gleise verstellen mit der Weiche und wir springen auf die andere Schiene, okay? Zur Seite. Zur Seite. Das ist noch langsam. Schienenwechsel. Wir springen von links nach rechts. Super gut. Gleich machen wir das was schneller. Weil wir werden immer besser. Immer bessere Lokomotive. Wechseln. 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 Von links nach rechts. Nehmt die Arme mit. Yes. Ihr macht es super. Super gut. Wir gehen. Okay. Seid ihr bereit für den nächsten Tunnel, Freunde? Ich glaube schon. Achtung. Gleich ziehen wir auch den Waggon mit. Aber erstmal gehen wir in den Tunnel. Los geht's. Tief. 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 Schön den Popo tief und die Arme nach vorne. Tief. Tief. Ihr seid super. Weiter machen. Noch vier Tunnel. Noch drei. Zwei. Einer noch. Okay. Bleibt so in Bewegung. Und jetzt ziehen wir unsere Waggons. Okay. Dafür nehmen wir die Arme hinter den Rücken. Und ziehen vor. Zurück. Schön ein Bein nach vorne. Und das andere bleibt stehen. Und die Arme gehen nach vorne. Weil wir ziehen unsere Waggons nach vorne. Vor. Zurück. Nochmal. Vor. Und hoch. Vor. Machen wir noch zwei mehr. Okay. Ihr seid die Besten. Noch vor. Nach vorne. Einer noch. Und ab geht's in den Tunnel, Freunde. Vor. Oh jetzt. Und vorne. Popo tief. Vor. Durchziehen. Yes. Okay. Ich glaube, da in dem Tunnel ist was kaputt. Wir müssen einmal aussteigen. Und jetzt kriechen wir in den Tunnel. Okay. Auf eure Füße und eure Hände. Und ein Bein diagonal. Und ein Arm gehen hoch. Hoch. Wir kriechen durch den Tunnel. Wir müssen gucken, was kaputt ist. Schön durchkriechen. Nicht aufgeben. Gleich sind wir an der Stelle, die kaputt ist. Okay. Aufstehen. Ja. Da muss was festgeschraubt werden. Dafür gehen wir tief. Und drehen unseren Oberkörper. Die große Schraube muss festgedreht werden. Okay. Kriegen wir hin. Tief. Und drehen. Tief. Bisschen schneller. Los geht's. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Jawohl. Wir sind die besten Gleisarbeiter. Jawohl. Drehen. Feste drehen die Schraube. Gleich ist sie fest. Noch zwei. Noch ein. Okay. Wir können zurückkrabbeln aus dem Tunnel. Ein Bein hoch. Und der andere Arm gehen hoch. Genau so. Und krabbel zurück. Zurückkrabbeln. Nicht aufgehen. Und aufstehen. Und jetzt können wir jetzt durch den Tunnel wieder. Seid ihr bereit? Die Reise geht los. Juhu. Tief. 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 Super gut. Und wir ziehen unsere Waggons mit. Vor. Andere Seite. Vor. Und. Sehr gut. Wir gehen auf der Stelle. Weil jetzt können wir einfach die Landschaft genießen. Wir sind durch alle Tunnel durch. Und fahren jetzt ganz entspannt. Mit unserem Zug. Und gehen auf der Stelle. Geht schön auf der Stelle. Und atmet tief ein. Und wieder aus. Und ganz tief einatmen. Und wieder aus. Und dann stellt ihr euch breitbeinig hin. Und schaut zu dem Berg. Da oben ist ein Berg. Ganz langen Strecken. Und auf der anderen Seite ist auch ein Berg. Strecken. Und zum Berg. Strecken. 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 Und zum Berg. Wow. Nochmal. Da oben. Ganz lang machen. Und oben. Super. Letztes Mal zur anderen Seite. Hoch. Strecken. Und die andere Seite. Hoch. Super gut. Wir machen einen großen Kreis mit den Armen. Und sehen einen Kirchturm. Auf der Strecke. Und atmen wieder aus. Und nochmal ein. Da kommt noch ein Kirchturm. Und die Beine zusammen. Und die Schienen gehen in eine Kurve. Ganz kurvig. Hier wird es. Haltet. Und wir gehen in eine andere Kurve. Zur anderen Seite. Haltet. Schön halten. Kinder. Noch einmal zur anderen Seite. Streckt euch ganz lang in die Kurve. In die Eisenbahnschienenkurve. Und auf die andere Seite. Strecken. Super gut. Sehr schön, Kinder. Und jetzt habt ihr es geschafft. Richtig cool war das mit euch, Kinder. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schaut unbedingt auf meinem Kanal. Und wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Euer Norman.